Am Mittwoch, den 3. Juni, stiegen die aktiven Herren des FC Sechser wieder in den Trainingsbetrieb ein. Voraussetzung war die Einhaltung strenger Hygienevorschriften, unter anderem, dass sich nur 5 Spieler auf 1000 Quadratmetern aufhalten durften. Trainer Marco Ketterer und Co-Trainer Simon Becherer ließen die Spieler an Stationen arbeiten, wo technische und taktische Verhaltensweisen geübt wurden. Allen Beteiligten war es anzumerken, dass sie froh waren, wieder gemeinsam am Ball trainieren zu können. Der Rasen des Bergmattenstadions war dank der Schonung in den vergangenen Wochen in einem hervorragenden Zustand und lud geradezu ein, bespielt zu werden. Für die richtigen Spiele wird man sich wohl noch ein paar Wochen gedulden müssen.